Guten Morgen, wir sind hier am Flughafen Tegel, 7 Uhr ist es in der Früh, am Sonntagmorgen und ja, ganz ausgeschlafen habe ich noch nicht. Es war ja erst einen Tag Pause seit der Plenarwoche, die wir da hatten und die ja auch durchaus kräftezehrend war. Es geht jetzt zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats, wo ich ja delegiert worden bin von der Fraktion und vom Deutschen Bundestag und das ist mir auch eine sehr, sehr große Ehre. Es geht darum, Konventionen auszuhandeln, Menschenrechtsdiskussionen zu führen, auch Rahmenvorgaben zu treffen für die Anerkennung von Bildungsgängen und das sind auch wichtige Entscheidungen, die da getroffen werden und wichtige Verhandlungen, die da laufen mit Leuten aus 47 Ländern und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. So, hallo, wir sind jetzt gerade im ICE nach Karlsruhe, steigen da nochmal um nach Straßburg und ich habe ja meinen Computer schon aufgemacht. Es soll wohl neue Mails geben, wo die Regierung uns einige Dokumente rüber geschickt hat über Einschätzungen der politischen Lage, beispielsweise mit gewissen Ländern. Darüber darf ich nichts erzählen, das sind alles Verschlusssachen und die werde ich jetzt mal auf dieser Fahrt durchgehen, mal gucken, was da die Meinungen sind. Ich werde mir dann ein eigenes Bild natürlich von der Lage machen, um dann kompetent die Verhandlungen und die Gespräche an den folgenden Tagen gehen zu können. Ja, der erste Tag hier in den Heiligen Hallen im Europäischen Rat bei der Parlamentarischen Versammlung ist letztendlich halb vorbei. Wir haben ein Einführungsseminar gehabt, Sonntagnachmittag ab 14 Uhr. Der Generalsekretär war da, der Sekretär für die Aufgaben der Parlamentarischen Versammlung. Es war außerordentlich interessant, aber auch sehr, sehr viel Input. Auf Englisch, Französisch, Deutsch wird das ja alles simultan gemacht und hier sind hochkompetente Leute, die das auch alles erklären, aber auch sehr interessierte Abgeordnete. Und hier gibt es tatsächlich Möglichkeiten zu wirken durch Berichterstatterfunktionen, durch die Möglichkeit Anträge zu gestalten, zu stellen, einzubringen und hier auch tatsächlich zur Verhandlung zu bringen. Das wird also ein sehr interessantes Element werden, um auf europäischer Ebene tatsächlich gewisse Werte zu diskutieren, die uns wichtig sind. Und da werden wir auch nicht nachlockern lassen und diese auch nachhaltig einbinden. Der Europäische Rat setzt sich ein für Menschenrechte und auch Kooperation und Zusammenhalt zwischen den Ländern. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es das gibt. Hier gibt es 47 Mitgliedstaaten, die Abgeordnete in die Parlamentarische Versammlung versenden, die sich miteinander unterhalten. Und man merkt hier einfach, was den einzelnen Ländern wichtig ist. Selbstverständlich der Ukraine, dieser ganze Ukraine-Konflikt, einigen osteuropäischen Ländern natürlich auch die Angelegenheiten, die dort prävalent sind. Die Türken versuchen die ganze Zeit die AKP-Politik auszubügeln. Und die westeuropäischen Länder sind natürlich gerne dabei, gerade die etwas sozialdemokratisch geprägten, hier irgendwelche Themen wie Gender und Sonstiges in die Debatte einzubringen. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir sagen, es gibt Themen, es gibt Werte, die wir auch in die europäische Diskussion wieder einspeisen möchten. Zentrale Werte, die wir glauben, dass auch viel mit Menschenrechten zu tun haben. Ich sage zum Beispiel nur Recht auf Leben, was sicherlich wieder kommen muss. Und da werden wir aktiv sein und hier auch versuchen, Verbündete zu finden, um dann das entsprechend einzuspeisen. Im Moment stehen wir aber ganz am Anfang. Wir gehören keiner Fraktion an, wir sind nicht registriert, wir führen Gespräche. Es wird Zeit dauern, bis wir hier tatsächlich ankommen und uns etablieren. Aber ich halte das hier für ein unglaublich wichtiges Gremium, um tatsächlich liberal-konservative Politik hier auch in Europa weiterzubeteiligen. Ja, ich stehe hier auf dem Münsterplatz in Straßburg, direkt vor dem großen Münster in dieser Stadt, die so viel Geschichte erlebt hat, so viel deutsch-französische Geschichte, so viel Auseinandersetzung, so viel Wechsel, auch so viel Nationalismus und darunter gelitten hat. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz klar eine Nachricht für Europa senden, eine Nachricht hier aussenden, die es wirklich zu beachten gilt. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, in diesem Moment noch einmal auszudrücken, dass es keinerlei Absichten gibt, hier einen großen Nationalismus zu betreiben, um irgendwie Landesgrenzen wieder übermäßig zu betonen und irgendwie zu sagen, der eine ist doof und der andere ist besser. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine gute Zusammenarbeit in Europa, der Länder untereinander. Es geht um Frieden und um Freundschaft. Und wir glauben nicht, dass dieser Frieden und diese Freundschaft durch eine Zentralisierung erreicht werden kann, durch das Abgeben von Souveränitätsrechten nach oben, durch eine Art Zentralregierung, wie sie die UdSSR fast schon kannte. Das bringt überhaupt nichts. Das wird nämlich früher oder später zu Auseinandersetzungen führen, die diesen Frieden und die Freundschaft, die wir ja eigentlich erreichen wollen, gefährden und verhindern werden. Ja, wir sind hier auf dem Place Clébert, hier in Straßburg. Hier gibt es direkt so einen Büchermarkt. Das ist ja auch typisch französisch, wo man sozusagen, wir können da gerne mal drüber streifen, hier französische Bücher halt irgendwie kaufen kann, die reduziert sind, da gebraucht. Und das wird immer von den Franzosen sehr gut angenommen. Das ist wirklich noch ein Teil der Kultur, den es in diesem Land gibt, dass man sehr viel liest, dass man in solchen Märkten eben auch Bücher einkauft, was wir in Deutschland eher weniger noch kennen. Und ich finde das eigentlich immer sehr schön und ich fühle mich auch als Literaturwissenschaftler insgesamt sehr wohl auf solchen Sachen. Und im Moment komme ich allerdings ein bisschen zu wenig zu lesen mit der Politik, das muss ich ja auch gestehen. Also weder deutsche noch englische noch französische Bücher, weil ganz einfach ganz oft irgendwelche Texte zu lesen sind und Vorbereitungen zu treffen sind und ich schreibe fast mehr Texte, als dass ich welche lese. Beziehungsweise ich lese vor allem, wenn dann Zeitungsartikel, also Geschichten eigentlich kaum mehr, aber vor allem eben Sachtexte und Zeitungsartikel und Reportagen und sowas. Weil man ja politisch auch am Ball bleiben muss. Und das ist mir natürlich erstmal wichtiger, als hier nochmal mich in die Literatur einzuarbeiten. Ja, also Clébert habe ich gerade auch gesagt, das ist auch eine relativ interessante Geschichte hier, wer Clébert überhaupt war. Das war so ein Militär, eine Militärperson faktisch aus der Revolutionszeit hier in Frankreich und da hat dann auch mal gegen Österreich und Preußen gekämpft. Und das war natürlich, und dann auch mit Napoleon in Ägypten. Und das ist genau sozusagen eine Person, die hier aber auch noch in Frankreich überall verehrt wird, aus der Zeit des starken Nationalismus, auch aus der Formierung der französischen Nationen natürlich. Und gut, dieser Nationengedanken, den gibt es natürlich immer noch. Der ist noch weit verbreitet und der ist auch insgesamt eine mittlerweile wichtige Einheit geworden. Denn was diese Nationen getan haben, das war ja auch hier in Frankreich deutlich ersichtlich, ist, dass wirklich Dinge sozusagen in eine Art französische Form gegossen wurden. Also es wurden tatsächlich Minderheitensprachen von Napoleon bekämpft und das Französische wurde überall durchgesetzt, nicht wahr? Und so bildete sich zum Beispiel eine relativ einheitliche französische Kultur. Ich sage relativ, weil das ist ja nie immer ganz, aber eine relativ einheitliche französische Kultur heraus. Aber gerade hier im Elsass gibt es eben auch die Tatsache, und das sehen wir hier auch schön an diesen Geschäften hier, haben wir eine wunderbare, eine Parfümerie. Während wir auf der rechten Seite haben hier Fischer, Brasseur, Alsace, Bierstub, Lüschluch. Und an dieser Stelle zeigt sich sehr, sehr deutlich, wir sind hier im Elsass. Das ist letztendlich ein Gebiet, das tatsächlich relativ gleichberechtigt deutsch und französisch ist und auch entsprechend so entstanden ist. Und das war auch ein großes Thema beim Europäischen Rat, als es am Montag darum ging, Minderheitensprachen zu stärken. Also sozusagen zu sagen, was machen wir denn mit Minderheiten und welche Rechte haben Minderheiten denn, das auszudrücken oder ihre Sprachen zu sprechen, die sie letztendlich als Muttersprache gelernt haben. Und da sind wir nämlich genau in diesem Zwiespalt zwischen dem Nationalstaat, der natürlich ein gewisses Interesse daran hat, zum Beispiel, was weiß ich, die Landessprache durchzusetzen, sei es jetzt Spanisch oder Französisch oder Russisch oder Deutsch, und der Minderheitensprache, die natürlich auch bewahrt werden sollte und nicht aussterben sollte, weil sie ein wesentliches Kulturgut ist. Und ein Grund, der uns auch ein bisschen gegen diese supranationalen Tendenzen wenden lässt, ist einfach, dass wir sehen, naja, alles, was sozusagen auf eine noch höhere Ebene verschoben wird, lässt dann unten auch gerne mal die Sachen erodieren. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen regionale Traditionen und regionale Sprachen und dann eben auch Minderheitensprachen erhalten. Und gerade das Elsass als doch sehr europäische, deutsch-französische Gegend zeigt eigentlich, wie wunderbar das funktioniert, dieses nebenher aus Französisch, aus Deutsch und aus Elsassisch, dem elsassischen Dialekt, der sich hier überall zeigt, diese Mischung zeigt sich hier wirklich tatsächlich überall, wie wunderbar das funktionieren kann, wenn man sich einander eben mit Respekt begegnet. Bonjour, mesdames, deux crêpes, s'il vous plaît. Ah, qu'est ce qu'on peut faire? Une Sache, die das Straßenbild hier in Straßburg prägt und was dann doch beunruhigend ist, das sind sehr, sehr viele Polizisten und auch Soldaten, die mit Maschinengewehren im Anschlag über die Straßen patrouillieren. Und dieser Hintergrund jetzt hinter mir, ich weiß, ist sehr friedlich und das ist der Fluss und das ist die schöne Perspektive, aber diese wird eben ständig konterkariert durch eben dieses Erscheinungsbild der Sicherheitskräfte, die eben letztendlich für Sicherheit sorgen sollen. Aber man muss sich schon auch mal die Frage stellen, warum muss man denn hier für Sicherheit sorgen? Und das ist in Frankreich genauso wie in Deutschland. Frankreich hat sehr, sehr, sehr viele Menschen aufgenommen, die aus gewissen Kreisen stammen, von denen nicht unbedingt eine Nähe zu den Werten des entsprechenden Landes festzustellen ist. Und wir haben bei den vergangenen Terroranschlägen gesehen, dass das ganz, ganz oft welche waren, die zwar einen französischen Pass hatten, aber eben entsprechenden Migrationshintergrund aus Ländern, wo eben auch der IS in seiner Rekrutierung aktiv war oder tatsächlich Staatsbürger, die aus diesen Ländern kamen. Und Deutschland wie auch Frankreich hat das Problem, dass es eine Migrationspolitik fährt, wo nicht genau genug drauf geschaut wird, ob die Leute, die hierher kommen, tatsächlich zum Land passen und hier auch tatsächlich Gutes tun wollen. Insofern wären beide Länder gut beraten, ihre Migrationspolitik insgesamt noch mal zu überdenken. Es ist ja wirklich, EU-Freizügigkeit ist wunderbar, gegen qualifizierte Zuwanderung ist überhaupt nichts zu sagen. Aber gegen Masseneinwanderung, Unqualifizierte aus problematischen Ländern, mit einer oftmals stark islamistischen Orientierung, dagegen ist sehr viel zu sagen. Und hier in Frankreich hat sich das Straßenbild auch schon verändert. Auf der einen Seite sieht man mehr Menschen, mehr Frauen mit Kopftuch, mehr Migranten, die ganz offen Migranten aus Afrika sind. Nicht alles von denen sind schlechte Menschen, ich möchte hier überhaupt nicht sagen, nicht irgendwie generalisieren oder pauschalisieren, aber auch hier zeigt sich eben, dass das Sicherheitsrisiko insgesamt dadurch gestiegen ist. In einer halben Stunde geht der Flug zurück nach Berlin von Basel, aktuell liegt der in Basel am Flughafen und so toll sind die Verbindungen nicht nach Straßburg. Ja, das war eine sehr lange Art Oppe im Straßburg- und Europäischen Rat. Wir haben uns unterhalten über verschiedenste Aspekte, unterschiedlichste Menschenrechtsthemen. Am Freitag war da nochmal offene Debatte, wo eben jeder irgendwie mit irgendwas um die Ecke kommen konnte. Ganz viel wurde da diskutiert über die Situation in der Türkei, aber auch relativ viel über die Situation in Armenien, Aserbaidschern und auch Russland, Ukraine, Krim. Das sind also Themen, die da noch ganz, ganz oben auf der Tagesordnung stehen, in diesem Europäischen Rat und seiner parlamentarischen Verwandlung. Das geht hier eben immer Montag bis Freitag. Und die erste Woche haben wir jetzt eben sehr gut durchgehalten. Wir haben auch sehr gute Gespräche geführt mit Politikern anderer Männern, mit Politikern anderer Fraktionen. Und ich denke, dass uns diese Woche schon deutlich weitergebracht hat, auch in der europäischen Politik und politischen Orientierung. Insofern war das eine erfolgreiche Woche, auch wenn wir sozusagen als Abgeordnete noch nicht so besonders aktiv waren. Wir haben zum Beispiel keine Rede angemeldet, das müssen wir dann nicht immer Wochen vorher machen. Und wir sind ja erst gerade mal eine Woche gewählt. Also wir haben keine großen Redebeiträge angemeldet und auch keine Änderungsanträge gestellt, sondern wir haben das jetzt erstmal relativ passiv eben mitgemacht, aber mitgestimmt und daran entsprechend auch politische Entscheidungen mitgetroffen. Das war eine gute Woche und ich freue mich auf das nächste Mal hier in Straßburg bei der parlamentarischen Versammlung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.